Achso, hier kommen wir dahin, wo wir die anderen erledigt haben. Immer so als Test kann man da rüberspringen, so mit Rennen. Ja, kann man. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo... Ach nee, bin ich doch nicht, weil... Das ist ja der reguläre Weg, schade. Ich dachte, jetzt komme ich hinten an so ein kleines Secret. Aber komme ich doch nicht. Nee, gut, dann gehen wir halt diesmal den anderen Weg lang, nämlich nach links. Doch, hier gabelt sich die Höhle wieder. Ja, ich habe keinen Dynamit mehr. Aber ich habe zuerst geschossen. Ah, da gibt es ein kleines Secret. Aber vorher müssen wir hier noch... Ah, Munition gibt es hier. Ein Geheimnis entdeckt. Grauer Wolf. Wie es das Schicksal will, kennt die Geschichte keinen großen indianischen Anführer mit dem Namen Grauer Wolf. Es gab einen Anführer dieses Namens, aber er war Offizier der US-Armee. George Crook machte sich während des Bürgerkriegs und der Indianerkriege einen Namen. Er kämpfte gegen die Paiute, die Seahawks und die Apachen unter der Führung Geronimos. Letzterer gab ihm als Zeichen des Respekts den Namen Nantan Lupan, was Grauer Wolf bedeutet. Crook war wütend über die Inhaftierung der Chirikahuha-Apachen, die der US-Armee aufrichtig gedient hatten, nur um an der Seite von Geronimos Rebellen eingesperrt zu werden. Crook sandte zahlreiche Beschwerden nach Washington. Wie in jeden Tagen nicht anders von der US-Regierung zu erwarten, zeigte diese jedoch keine Wirkung. Ja, das ist also der echte Graue Wolf. Okay. Schade eigentlich. Neuer Level. Drücke U. Alles klar. So, wir wollten uns jetzt hier bei Ranger weiterentwickeln. Äh, zusätzlicher Zoom beim Zielen oder mehr Muni? Ich nehme natürlich den Zoom. So. So. Und dann gibt es hier hinten noch was. Noch ein bisschen Muni. Und ich kann auf die Schrotflinte wechseln, aber das will ich nicht. Ich hoffe, ihr könnt jetzt überhaupt was sehen hier, weil YouTube hat ja immer so seine Probleme mit Dunkelheit. Aber ich glaube, hier hinten geht es schon wieder raus aus dieser ollen Höhle. Ja. Wie groß war dieser Kahn? Groß als Hölle, Ben. Chirikawa hatte da rausgebracht, während der Indien-Wahrer. Ah, verdammt. Nein, nein, nein. Ich will nicht meine Waffe wechseln. Nein, ich will auf meiner ersten Waffe bleiben. Ich will auf Q. Boah. Jetzt muss ich mal ganz schön schauen, dass ich hier ein paar Treffer lande. Also wird das hier nichts mit dem Treffer landen. So, jetzt aber. Boah. Ich wollte Q drücken, aber irgendwie ging das nicht. Oh, schöne, tiefe Höhle. Ja, ich sag doch, Amerika, früher unberührtes Land. War schon schön. Ui, tote Indianer-Geister. Okay, mein tote Geister, das, äh, ja, das schließt sich ja gegenseitig ein. Oh, oh. Ja, vom Wegen Geister sind alles hier lebendige Indianer, die hier den Eindringlingen die Hölle heiß machen. Oh, oh. Boah, verdammt. Ah, jetzt haben sie mich doch erwischt. Okay, da war ich jetzt ein bisschen zu langsam. Ich wechsle auch gleich mal auf den Revolver. So. Das muss mich nämlich so lustige Tasten drücken. Nein, verdammt. War schon wieder zu langsam. Aber, immerhin hab ich diesmal schneller geschossen als sie. Und sie alle zum Teufel geschickt. So, meine Konzentration ist wieder voll. Das ist gut. So, ich geh hier mal nach oben. Versuch jetzt hier mal so ein bisschen schleichen. Vielleicht noch ein paar. Okay, soviel zum Thema schleichen. Da ein paar Gegner wegholen. Aber ich mach hier grad ganz schön Action. Ah, Munition. Sehr gut. Ja, ganz schön tief diese Höhle hier. Tief und dunkel. Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Mescalero-Jahren. Ja, sie waren sisters. Religion ist traditionell von Mescalero. Also, was hat sich passiert? Ich habe mich da raus. Es sind immer wieder zuhör. Die Mädchen zerstören. Die beiden nagen an mich immer. Das macht mich half crazy. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Was hat sich mit Grey Wolf passiert? Oh. Oh, naja, ich habe ihn in die Höhle der Tod. Oh, oh, ein weitflächiger Raum. Das stinkt doch schon fast nach dem nächsten Bosskampf. Das ist, es wird dein Herz auszunehmen. Der Geruch von seiner Höhle hat einen Art von Indien gebrannt. Als seine Geschichte entfogging in meinem Geist, Sie kommen zu diesem Ort wieder und töten viele mehr Menschen, und die Schmerz werden, bis es zu werden, bis es alles, was du bist. Die Herz hat keine Ränen, wenn die Augen keine Tränen. Er sagte, ich war ein großartiger Warrer, ein Coyote-Man, ungewöhnlicher von einem Warrer in der Pall-Face-Warrer, oder etwas wie das. Die Warrer werden die Schäuze von deinen Vergangen bis ein Venom schützt dein Herz und ein Echol von der Song des Todes schützt die Spirits tief in den Mauten. Ich wusste nicht, was er sagte, aber es waren definitiv Warrer. Na, Bruder, aber es hat er uns hier abgelenkt. So, kurz mal warten, dass wir uns hier ein bisschen regenerieren. Knarre nachladen. So, alle erwischt. Kommt schon der Nächste. Oh, wow. Ein Wunder ist passiert. Wir haben einen Weg raus aus der Falle gefunden. Mensch, Silas. Ja, das sind immer dann die Momente, in denen er merkt, dass er sich in seiner Geschichte ein bisschen verrannt hat. Und dann passiert plötzlich etwas ganz, ganz Komisches. Und plötzlich haben wir es dann doch überlebt. Naja, okay. Gut, dann suchen wir mal weiter nach dem Grauen Wolf hier in der Höhle. Looten vorher noch die ganzen Indianer hier, die getötet haben. Suchen noch vielleicht nach dem einen oder anderen Secret, was man noch finden könnte. Wäre mal ein Wunder, wenn ich mal in einem Level alle Secrets finden würde. Wäre aber auch cool. Gut, aber Munition haben wir alles. Bin ich voll auf den Knarren. Ich fühlte mich, als wäre ich in dieser verdammten Höhle immer wieder verloren. Hm, es wird immer dunkler. Ich glaube, ich muss hier nachher einen Gamma-Filter drauflegen. Okay, ein paar waghalsige Sprünge müssen wir jetzt hier hinlegen. Willst du da nicht in diesen wilden Fluss hineinfallen? Der da oben, oh, guck dir das an. Aus den Bergen herunter kommt der hier. Wow, supergeil. Ach, ich liebe dieses Spiel einfach. Jage grauer Wolf. Okay, wir können ihn nicht erschießen. Sobald wir das Wasser betreten, sterben wir, als ob das Wasser aus Säure wäre. Da ist mir jetzt ganz vorsichtig hier über den Baum. Stamm, Baum, Stamm. Das könnte so ein neues Rammstein-Lied werden. Ja, das könnte echt ein neues Lied von Rammstein werden. Baum, Baum, Stamm. Er steht im Wald, Stamm. Der Baum, Stamm. Ja, also sollte ich mal den Jungs mal zuschicken. Eine neue Lied-Idee für sie. Baum, Stamm wird bestimmt ein neuer Hit. Aus dem neuen Rammstein-Album, Tannengrün. Das Lied Baum, Stamm. So, und während ich hier schon an neuen Rammstein-Liedern komponiere, verbringe ich meine Zeit dann doch lieber damit, nicht zu treffen. Okay, also auf Entfernung natürlich immer schön. Zack. Okay, damit treffe ich genauso schlecht. Was ist denn hier los? Also ich bin echt kein guter Schütze, aber so schlecht? Naja.